Hallihallo, mein Name ist Tom und du kennst mich wahrscheinlich und wenn du dieses Video gerade online siehst, dann werde ich auf Twitch unterwegs sein, der Link ist in der Videobeschreibung und dort gerade per Livestream an DemonDash weiterarbeiten. Wenn du dabei sein willst, dann klick rauf und sei dabei und wenn dieses Video online sein sollte und ich aber gar keinen Stream habe, dann sag doch bitte Bescheid, dann muss ich das Video wieder offline stellen. Ja, so wird es nämlich sein. Ja, ich hoffe du hast inzwischen geklickt und siehst meine Fresse live oder zumindest teilweise live und vielleicht kannst du ja instant so ein bisschen mitbestimmen, wie das Spiel am Ende aussieht. Ja, so kann man sich das vorstellen, weil ab und zu kommen so Umfragen, okay, eigentlich muss man sagen, ich programmiere 20% und 80% labere ich scheiß Dreck und beantworte deine Fragen und solche Geschichten. Also, wenn du darauf Bock hast, dann bis gleich. Ich freue mich auf alle, auf jeden und auf dich.